Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Es ist Freitag und somit Zeit für ein neues XRP-Update-Video. Ja, XRP momentan bei ungefähr 0,48 US-Dollar-Cent. Der erhoffte Befreiungsschlag ist leider ausgeblieben. Wir hatten einen schönen Pump diese Woche, nachdem die Hinman-Dokumente dann mal weitergegeben wurden, veröffentlicht wurden. Es gab dann auch schon billige News und sowas. Ja, dass es jetzt endlich vorbei ist und bla bla bla. Nein, es ist immer noch nicht vorbei. Nur nochmal so ein kleiner Spoiler für alle, die jetzt warten, dass ich jetzt am Ende sage, okay, es ist vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Ein bisschen Ruhe oder Butter bei die Fische. Es dauert immer noch ein bisschen. Aber trotzdem, es gab einen Pump und daraufhin, by the rumor, Zelda-News, ging es deutlich, deutlich bergab. All das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Ripple-Update-Video anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale. Auch zu Ripple, kommt da gerne rein. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und der Podcast, die neue Folge, ist heute rausgekommen. Gönnt euch die auf jeden Fall auch gerne. Krypto & More bei Spotify und am Dienstag dann auch bei YouTube. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, Ripple bei 0,48 US-Dollar-Cent. Es war leider doch dann nicht so bullish wie erhofft. So kann man das Ganze oder die ganze Woche jetzt erst einmal so ein bisschen zusammenfassen. Nachdem wir jetzt hier aus unserem Symmetrical Triangle nach unten hingebrochen sind, das Preis, die perfekt erreicht haben. Darüber haben wir ja gesprochen. Ging es dann deutlich, deutlich bergauf. Die Hinman-Dokumente wurden veröffentlicht. Überall gab es News. Twitter war voll. Telegram war voll. YouTube war voll. Ist das jetzt endlich die Entscheidung? Daraufhin gab es ein bisschen FOMO bei XRP. Wir sind bis auf ungefähr 0,566 ungefähr hochgeschossen. Enorme Kerzen, wo dann die Veröffentlichung stattfand. Und dann ging es sofort, wie man das so kennt, by the rumor, sell the news, ging es dann sofort nach unten. Viele, viele haben das dann auch geshortet. Ich habe es mich ehrlich gesagt nicht getraut, weil ich nicht wusste, wie hoch die FOMO geht. Ich hätte theoretisch auch noch hier hoch in dem Bereich um 60 US-Dollar-Cent gehen können, weil dann auch hier die letzten Hochs waren und so. Das war eigentlich so mein Zielbereich, wo ich gedacht habe, okay, dahin zieht es möglicherweise Ripple. Aber es ging dann doch viel, viel schneller nach unten. Und wir haben diese ehemalige Range mit diesen kleinen Inverse Head & Shoulders noch einmal getestet und sind bis in der Spitze auf 0,46 US-Dollar-Cent gefallen im Laufe der Woche. Was das einzige Bullish ist, was man dazu sagen kann, wir haben kurzfristig so eine kleine Bullish-Divergence auf dem 4-Stunden-Timeframe. Die hat aber noch nicht wirklich gezündet. Wir haben natürlich auch jetzt hier einen WIC hinterlassen, der auch nicht wirklich schön aussieht mit eben dieser vielen Volumen-Candle, die wir hier unten drin haben. Also man muss weiterhin hier vorsichtig sein. Und auf einem 1-Stunden-Timeframe sehen wir auch diese Konsolidierung. Also es ist momentan ein bisschen die Luft raus bei Ripple nach dieser Ankündigung. Auch die Newslage hat sich momentan. Es gibt keine wirklichen neuen News dazu. Ich habe euch trotzdem mal versucht, hier einen Artikel rauszusuchen wegen den Hinman-Dokumenten auf BTC Echo 2. Widersprechen Hinmans Aussagen aus Sicht von Ripple der Klassifizierung von XRP als Wertpapier für den erhofften nachhaltigen Befreiungsschlag des XRP-Kurses reicht es jedoch vorerst nichts. Einige Anleger trennten sich in Anbetracht der unklaren Lage wieder von ihren XRP-Positionen und drückten den Kurs temporär bis an die 0,46 US-Dollar-Cent-Marke. Okay, ja. Es gibt keine neuen News. Das ist es halt einfach. Es wurde veröffentlicht. Es waren glaube ich 15.000 Seiten oder so, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Aber ja, die müssen halt auch erstmal gelesen werden und dann nochmal beurteilt werden. Und das hat halt dazu geführt, dass der Ripple-Kurs wieder komplett abverkauft wurde. Aber charttechnisch ist das Ganze noch nicht so bearish. Wir haben auf den 4-Stunden- und auf den 1-Stunden-Chart eine Bullish-Divergence. Der Bereich hier zieht sich noch deutlich. Wenn wir uns dieses FIP-Level dazuziehen, einfach mal ganz kurz, sehen wir auch, okay, Golden Pocket liegt hier an der Ineffizienz. Das ist auch jetzt erst einmal das Ziel für Ripple. Sollten wir hier oben rejected werden, genauso wie bei Bitcoin, wie wir das heute früh im Update angesprochen haben, könnten wir nochmal dieses Tief hier unten bei der 0,46 abkreisen. Und dann sollte es aber auch erst einmal gut sein. So ist zumindest das erste Mal meine kurzfristige Analyse. Gehen wir auf den 1-Stunden-Timeframe. Wir machen das auf den Daily-Timeframe, meine ich. Das sieht alles auch nicht so beschissen aus. Also wir haben hier eine kleine Aufwärtsbewegung. Uns fehlt dieses höhere Hoch noch. Wir haben zwar minimal hier drüber geschlossen, aber so richtig nachhaltig würde ich da jetzt erstmal nichts drauf geben. Wir haben, wie gesagt, diese Range hier nochmal getestet. Das ist ein gutes Zeichen. Wir haben auf dem Daily eine Bullish-Divergence, die zwar nur real... Ne, wir haben keine, das war 4 Stunden und 1 Stunden, deswegen machen wir die mal ganz kurz weg. Also der WIC hier sollte nochmal getestet werden und halt eben diese 0,46 US-Dollar-Cent-Marke. Warum? Diese 0,46 US-Dollar-Cent-Marke ist nicht nur horizontaler Support, sondern auch noch hier. Unser Downtrend-Support bzw. Widerstand, den wir jetzt nochmal testen können. Also hier wird es sich jetzt wirklich drauf ankommen, halten wir den Support. Wenn ja, sieht das wirklich gut aus. Und wir ziehen uns nochmal das FIP von dieser Gesamtbewegung hier. Und da seht ihr auch, wir sind perfekt ins Golden Pocket hier reingekommen von dieser Aufwärtsbewegung. Also wir haben jetzt dreifach Support hier bei XRP. Dieser Scheiß-Support muss auch wirklich halten, sonst sieht es wirklich übel aus. So fair muss man sein. Wir wissen nicht, was die SEC jetzt noch einfällt. Alles sind Wertpapiere, alle Altcoins. XRP natürlich auch. Es gibt keine neuen News. Wir müssen jetzt einfach weiterhin abwarten, wie sich die ganze Sache entwickelt. Wir haben dicken, fetten Support hier bei den 0,46, 0,47. Dieser muss aber auch halten, sonst sieht es wirklich übel aus. So kamen wir die ganze Woche jetzt erstmal ein bisschen zusammenzufassen. Viel Gambling, viel Liquidationen. Ich hoffe, ihr habt da draußen nicht zu viel Geld verloren. Aber das ist halt immer dieses By the Rumor Sell the News Event. Und damit würde ich sagen, ziehen wir das nicht ungenötigt in die Länge. Wir brauchen diesen Dip hier nochmal runter. Wehrbombe und dann eben diesen Impuls nach oben mit höheren Hoch. Und dann können wir auch in Richtung 0,60 US-Dollar-Cent steigen. Ja, das war es jetzt erstmal von mir. Ich würde sagen, Like da lassen, Abo da lassen. Wir hören uns dann nächsten Freitag zum nächsten XRP-Update-Video wieder. Ansonsten gibt es natürlich noch viel, viel mehr Altcoins und Bitcoin-Update-Videos hier täglich auf dem Kanal. Und damit würde ich sagen, wünsche ich euch auch hier ein schönes Wochenende in die Runde. Und genießt es, genießt das schöne Wetter. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.